Nach jedem Update müssen die Pools gelöscht und die Maschine neu gestartet werden. Das Vorgehen hier ist terminal-spezifisch. Hier wird es nun am Beispiel vom Touch 800 gezeigt. Dazu gehen wir in dieses Menü auf Objekt Pool und löschen diese. Ich werde es anfangen, dass die Pools gelöscht und die Maschine neu gestartet werden. Untertitelung des ZDF, 2020